Ich selbst bin Scheidungskind, ich selbst bin beim Vater aufgewachsen. Ich weiß, wie es ist, wenn man als Kind zwischen den beiden Elternteilen steht. Ich weiß, wie es ist, wenn man von einem Richter gefragt wird, zu wem man lieber will. Ich kenne die Situation von Scheidungskindern wirklich sehr, sehr gut. So, bitte noch einmal einen Applaus für die Gewinner.